Wende das komische Ding an den Operator an oder Imperator. Ja die Kugel sieht schon ganz anders aus jetzt ne würde ich sagen. So ich kann hier wieder Juwelen benutzen. Chancen auf kritischen Treffer. Angriffstempo Stufe 2. Schildbrecher haben wir ja. Körperlichen Widerstand haben wir auch. Angriffstempo. Ich lass doch mal alles so. Können wir hier was machen? Ne hier können wir gar nichts machen. Naja macht ja nichts. Gehen wir mal weiter. Wo ich wohl machen könnte wenn wir eben kurz ein bisschen Energie aufladen. So hätten wir das. Und wieder weg teleportieren. So. Kommt ja auch keiner. Aber hier ist noch ein Tor. Da kommt man glaube ich auch noch gar nicht rein. Wenn ich das richtig hab. Ich hab da waren wir noch nicht drin. Gehen wir jetzt mal durch. Wir werden es gleich erfahren wenn der Tor Nummer 2 ist. Gesundheit. Immer gut. Eine Kiste. Und? Gegner? Nicht? Keine Gegner? Was kann das denn? Oh hier Gesundheit. Schatzjäger. Wir hatten ein Gefühl wir werden große Freunde sein. So und jetzt. Achso. Muss ich hier wieder rüber her springen. In Zeitlupe. Quasi. Und nochmal. Sind wir wieder auf den Schiffen hier. Das war zu schnell. Zack. So und das Dingen. Dann wieder hier rüber. Da Gegner. Ich will eben den Typen klapp machen. Ja. Ich will durch hier. Ich will den Appen klapp machen. Den Zauberer hier. Der stört nämlich. Oh. Schön. Durchgeteilt. In der Mitte. So. Das waren sie. Ich kann nicht mal eben hier wieder ein bisschen. Hoffentlich Energie tanken. Ne. Natürlich nicht. Ist ja mal wieder nichts drin. Es war nicht his fault. Sie sahen so. Breakable. Naja. Ist klar. Und wieder welche. Ich will ein Zauberer hier. Hey. Hallo. Wenn ich die Tasse durch zum weg springen. Ja. Dann springt auch weg. Mann. Wie läuft denn noch? Das ist echt nicht wahr. Wenn man mit den Spezialfähigkeiten ist das schon eine schöne Sache. Aber dann soll er die auch mal benutzen. Wenn ich das denn sag. Hier. Guck mal. Wieder voll die Energie verloren dadurch. Schön auch. Wieder nur noch 75 Lebensenergie. Junge. 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 Komm hier wieder Gegner. Nö. Soll ich da drüber herkommen? Achso. Ich muss hier rum. Okay. Ups. Hala. Ja klar. Hier sind wieder welche. Komm hier. Ich bleib ein paar auf den Möppen. Dann ist es noch mehr. So, ab da jetzt davon Ist immer wieder ein bisschen Energie drin Hallo Das war schrecklich, natürlich Anyway, er hatte nur noch einen Moment Und dann konnte er das ganze Kontraption in den Abyss Und der König der König war jetzt in range Renardo schweigte Er konnte aus der Reihe von Ravens schützen die König Zenobia in front, Conjuring Und auf dem Deck Ja, das war seine Imperierer Majestät Pacing in seine Goldene Armour Renardo lined up his shot And fired Caught in the beam, the ship burst into flames The Ravens and Zenobia exploded The Emperor too exploded Renardo waited for the beam to stop But it only got brighter And the oculum hotter Frantic, Renardo pulled the oculum towards the Abyss The ruby burst into flames The shiny metal casing glowed, then melted That was good Now the core could cool off, right? Renardo ran The blast incinerated him instantly Along with both fleets The shockwave could be felt across all Erda That winter With neither Empire nor Rebels to rule them The island slid into banditry And so began the second age of darkness And he hadn't learnt anything new this time He'd done the same thing twice, yet expected a different outcome Aha Aha Ähäää, ich muss mal kurz husten So, der Fuchs dessen Knieschmerzen Ein Held Ein Held Der Ausgewogenheit sucht Der Weise doch wichtig Entscheidungen trifft Ahja Schön Wahrheitsfinder freigeschaltet Der Wahrheitsfinder wird dir helfen Die Pfade zur Wahrheit zu finden Die du noch nicht entdeckt hast Schau dich nach diesem Symbol um Wenn du im Buch deiner Wahl triffst Aha Okay Okay There would be a way to win Renardo could feel it He'd have to explore choices he'd never made Before he could figure it all out though And with that The books pages fluttered to the beginning once again And he fell The clouds parted over the Isles of Boreas It was time to choose The Rebellion was in trouble Ravens were scouting for the secret rebel base They needed a game changer Pieces of the Skyripper had surfaced Renardo knew that using it could go catastrophically wrong But he was sure he could figure out how to use it safely Also, a temple had risen out of empty desert The Iblis stone was hidden there It was a dangerous artifact It could corrupt its user into a bloodthirsty monster Maybe he could find a way to use it To take its power without surrendering to its wickedness And also His old friend Lupino needed rescuing Of course Renardo had a pretty strong suspicion that Lupino had betrayed the Rebellion But could Renardo really leave an old friend to the Ravens? Hmm Hmm, ich glaube, ich gehe nochmal zum Tempel. Den hatten wir ja schon geholt. Der Schiff von den Skynrippen Every child could sing verses about the Skyripper But ancient codices held hints of other things A stone that ate souls A ruby that drank blood A jewel only a righteous man could give away Were all these things the Iblis Stone? Long hidden in a buried temple Another ancient item that was only resurfacing now drawn up from the deeps by the emperors horrific rituals Naja Hier waren wir ja schonmal, wohl in den Iblis steinen, ja, das können wir ja nochmal machen Hier waren noch irgendwelche Kisten, sind die wieder da? Tatsache Können wir die ganzen Kisten ja nochmal abgrasen hier Da ist noch eine Ja Habe ich aber noch nicht, kann auch kein Schwert bauen Hier Da fehlt mir noch Erz für Juwelen Hatten wir nicht hier das? Da noch irgendwie einen anderen? Ich suche 3 Schatzjäger Hm, ein Prozent Ich lass da besser mal so Ich glaube ich besser Wenn ich nur einmal ein Prozent Beute mehr kriege ich, das ist ja auch nicht der Erbringer Was machst du hier? Das letzte Mal, der Stein hat ihn in der Erbringung seiner eigenen Säule Ja Das ist richtig So, wieder den Hebel aktivieren So, da kamen die Typen So, da kamen die Typen Geh weg da Die Ich finde das falsche Schwert eigentlich Ich habe da genau in dem Feuer stehen Unglaublich Ja 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 Dann Ich komme nicht zu spät Hm Bin das schon fast da So, hier wieder die Vasen kaputt machen Will den Atar nicht benutzen Muss mal eben kurz So So, weiter geht's Hehe Waren wir die eigentlich schon? Und wieder zum paar Affen So, wir müssen Feuer spielen hier Ah, weg da Kann er genau da drin stehen Ey Boah, es ist auch noch ein paar Na 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 Hey, hey, hey Little boy Ist schon lustig Heilung Der ist nie irgendwas drin Der ist nie irgendwas drin Wofür kann man die eigentlich kaputt schlagen Weil der nicht drin ist Na jetzt Super Drei Stück Das bringt das auch So, hier haben wir noch eine Tür Falsches Schwert Nehmen wir mal das richtige Schwert Der neue Weg macht Renato curious Na ja, neuer Weg Soll der schon bringen Hatten wir das schon? Finde den Schwein Äh, Schwein Finde den Stein Na ja, das kennen wir doch schon Da bin ich mir sicher Da bin ich mir sicher Was schon gelesen haben Wait, what? How is he outside? Hadn't he taken an Elevator Into the depths of the earth? Da ist noch ne Kiste Die holen wir uns natürlich So Noch mehr Erz dazu Immer ganz gut So ist toll hier zwischen den Flammen zu laufen Ja sicher Klar Ja Ich denke das ist dein Sezrenata Aber er konnte nicht sein Ansatz zu hören Ja Level Up Vielleicht gleich wieder einen Punkt auswählen Wenn ich an irgendein Altar vorbeikomme Wenn ich an irgendein Altar vorbeikomme Natürlich Hallo? So Ne ist klar Mach den Typen platt hier Den Zauberidioten na Was soll ich verzauberten jetzt dort machen? Kann auch kein neuer von kommen, ne? Auaah Dreckzack Hat mich getreten Da bist du So Schön abgerührt So Noch ein paar So Wieder aufgeräumt hier Dreckensäcke Komme ich da hin? Ne Muss ich wohl hier rüber her laufen Von hier komme ich da hin Ey, lass die Kiste aufmachen Renata erinnert, als er zuerst in einer dieser Gute Zeiten Werkbank Kann man noch ein Juwel benutzen Kritische Treffer Warte jetzt was ich genommen habe Angriffstempo Ah Brauche ich nicht unbedingt glaube ich Nicht wirklich So Es musste irgendeine Weise Um die Iblis-Stone zu benutzen Es war älter, nicht wahr? Die Leute sind jetzt so viel cleverer Und Renata war ziemlich sicher, dass er viel cleverer als die meisten So Ein bisschen Energie Hier wieder ein Altar Und da können wir dann mal äh Tja Hat nichts zu benutzen Können wir das mal nehmen Funktioniert nicht bei Gegnern mit Schildern Schade Hier Kombo könnten wir auch mal verstärken Ist glaube ich auch von Vorteil Ah sicher Verpiss dich Ah Hast mir wieder mehr von den Säcken ey So du weg Du auch Hätten wir das Ach die Kacke wieder Zup Hebel umlegen Du nicht da Ja 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 Das hat wirklich nicht viel In der Weise von Sicherheit Featuren Ach das geht doch wieder los Ach ja genau hier Mit diesen äh Barrikaden Stimmt ja Da muss ich irgendwie hier durch Und dann hier durch Und dann äh Da noch ein Hebel Was war der Punkt Was war der Punkt von dieser Garten Ich dachte Niemand würde die Leber Dann fährt man nämlich hier so durch Und hier so drüber her Und dann waren wir nämlich da Genau Da hinten wir den Stein wieder Ja Ja der gierige Stein wieder Äh Ja Mhm Halt den Gehre, sagte die Stein nervös. Der Gehre, der wird dir über das, was du willst. Aber obwohl Renato wusste, wie evil das Gem war, hatte er einen klaren Plan, um es zu tun zu tun. Hm... Aha, nach hinten loszugehen. Ja, ich weiß nicht. Wir können ja mal eine zweite nehmen. Und letztes Mal haben wir ja hier das gemacht. Das hatten wir aber schon. Und da ist das Symbol. Das heißt wahrscheinlich, dass wir das hatten, oder nicht? Ich wäre mal der zweite aus. Ich habe mich nicht mehr gefragt, was ich tun. Was ist das, warum er in der Rebellion hat? Was ist das, warum er nicht zu sein ist? Was ist das, warum er nicht zu sein ist? Er hat sich nicht zu kommen, wenn er sich nicht zufrieden hat. Der Steine fühlt sich ein bisschen... ...klinge. Und er hatte eine Gefühl, es hat nicht seine besten Interessen zu haben. Der Sage Calaveras hat ihm gesagt, wo er den Skyripper gefunden hat. Ein Weapon, das zu schützen die Gottes. Auch ohne seine Armature, der Korps noch hat eine große Macht. Er würde da gehen. Er würde da gehen. Er hat gedacht. Er hat sich nicht zufrieden hat. Er hat sich über die Zenobe an den Zenobeer. Er hat sich nicht zufrieden. Er hat einen Moment. Er wollte nicht zufrieden. Er hat nicht zufrieden, oder? they'd been at sword food school together they never been lovers but somehow they been closer she told him every secret about herself except the biggest one that she was the emperor's daughter whispered the stone ne das machen wir nicht hole den kern des skyrippers ok